ne ich brauche keine mehr umgekehrt hin und ich hab diesen in den ich gespielt habe ja auch ein guter was noch nicht die gleiche ich gehe aber Sorgen wenn man sich dort um Kupfer in der Suche gibt es ist gar nicht so weit also könnten laufen was soll das nicht damit du bescheid weiß ich will ich mach keinen sniper bitte weil ich keinen bock gerade habe oder hol das oder ich hole das Flugzeug okay ah warte ich bin gerade sehr in der Nähe ja das ist sogar gespawnt wir scheißen jetzt einfach mal auf die Kiste wir müssen sagen obwohl könnte Blu live drin sein ich weiß also ich will die Küste ja du kriegst sie ja ah und er öffnet ne Küste ja dann gab's ehrlich das ich hier hoch danke ey Brack ich hube doch schnell das andere raus nein nein okay Herr Leu wieso konnte ich kotze ich gehe aufs Dach ich will nicht okay ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Reaktion von Mecklenburg er hat wird es auch so umgeschrieben und das ist ein steuer und zählen jahre Wann ist das so doch mal? Wann ist das so doch mal? Wann ist das so doch mal? Tschüss, bin unterwegs. Grüße. Flugzeug ist das mal weg? Oh, ich dachte, ja. Mach das. Zinger, wie du da gerade so gesessen hast und ich bin nur so... Oh,incolca! lage Malsecмы Oh, Mait recycle ich kann mir noch mal… wer weiß noch da was�äterW Bill coworkers gemacht haben. bei mir zu Hause Euph çwa roux Das war immer noch nicht mehr wie die nach Nice das heißt scheiß aufs Flugzeug Brudi schon mit der Kiste ich bin Millionär ich kann aber nicht fliegen okay das war eine Schenkernauze ja das war ich auch auf mich wurde geschissen ja ja auf mich wird geschossen als Sieg auf der See also glaube ich sogar von wo einer der der saß fast wo wo ist er gib mir die Seiden an Agel ich nehme an Agel boah ein Raketenwerfer das ist mein Geschenk, ich tausche nicht es ist nicht so vorhanden tausch doch ich habe das auch schon gesehen ich habe das auch schon gesehen oh mein Gott Wodichka, ich habe Wodichka gefunden was hast du denn? wie viele Kils hast du los eigentlich? oh ein was hast du denn gehabt gegönnt? Nen Wodichka ah Seilbahn ah SOS ah nala oh mein Gott! ne der war das ist Michael verpiss dich Eide dieser Fischkopf dieser Fischkopf ne der so fette Hits ich komme doch hin ja bitte habe ihn nocht I hate you bitch habe aufgeschossen der der hat 10 HP von woanders wird er noch verschossen pass auf ja ich weiß wait 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 ich will den anderen kurz hier looten Mike warte so ich bin unterwegs ah der hat den Tod voll warte ich schieße ihn runter ich schieße ihn runter habe ihn runterge... er ist richtig gelohnt egal aber ich auch ihre genau er hat die Zelle gekonnt ja ich will den jetzt aber kennen oh Gott ich hab zwei HP ich muss ich muss nein 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 du bist tot ich bin tot Alter ergebt mir noch den fetten Hit Alter ergebt mir noch den fetten Hit war das schon mal aufgabend nicht nachdem du hast du schon gemacht nein, muss konnte ich nicht, weil man schiefer den Geschwisterung noch wie lange dauert es noch Niko Schmidt guten Tag keine Sorge auf der Titanic 20 2 bis 5 Minuten oh nee, wieso lange kann ich nicht warten ich verlasse dann, ich spiele nur so eine Runde der Weide Mann, nein! Nein jetzt, oh Mann! Mhhhhh ey, das dauert zwei Minuten ne Digga du musst ja die Küche fegen ne Digga du verlässt mich aber aber nicht, komm mal ach du dickes Einflug, habt ihr das grad gehört? es ist halt verlasse, wenn er wiederkommt er hat eine Ansage gemacht jetzt soll ich aber Angst haben das gehört in der Schieder okay und er wird jedoch lieber sein springen beschrieben ich habe einen Anruf bekommen private Nummer das macht mir aber Angst ich hab keine Angst, ich hab keine Angst, ich hab keine Lust mehr ey, guck mal, wenn ich eh verlassen soll, dann geh ich täte und mit nem Fight verlasse ich dann einfach also, das mach ich so kapiert ey, du Fatsack Lukas Groß, Junta wer kennt die nicht? hallo Lukas Groß, du musst los so aus dich Oh, mein Gott. Alter, geh mal auf den Weg. Guck mal, Jungs, so scheiße sind Wavenskins, ne? Alter, das ist schon wieder typisch, wie du dieser Waven spielt hier. Oh, fuck, ich sterbe durch mein eigenes Tiff hier, oder? Wow, Kanada. Herr, Tiffir ist wieder drinnen? Äh, ich meine Dynamit, sorry. Der ist so scheiße. Ich werde eh gleich sterben, ich bin entfädelt. Aber guck mal, ich habe gerade so einen typischen Wavenskin bekommen, ne? Der ist einfach vor mir weggerannt. In so einem Hausfight, der rinnt einfach weg. Okay, nein, ich habe den bekommen. Aber ich werde sowieso noch sterben, weil ich bin enttätet, ne? Oh, Bandasen. Ah! Ah, Alter, von hinten kassiere ich einen Siegel-Headshot. Ach so, Alter, du bist jetzt tot. Ja, ich bin jetzt tot. Kommt meine, Nico, Justin und Lukas, der in meiner, in meinem Stream. Warte, Justin, ich zeige dir gleich was, äh, was... Kannst du es aber nicht als gut bezeichnen, weil das sind alles deine Freunde. Ach, ich weiß. Das ist nicht böse gemeint, okay, aber... Das sind deine Freundin. Ich habe Freunde, okay, gut. Justin, das kommt als nächstes. Oder das kommt demnächst. Gut zu wissen. Nein, das sind wir dann nämlich wissen, dass demnächst kommt. Und nein, wir machen kein Schneider bei der Buchholberne. Und wir wollen das immer bei der Schnaufe wieder machen? Ja, okay, warte, ich mache ich eh fähig, also... Ja, aber eigentlich macht man ja was, was ein Abonnenten machen wollen. Ja, warte. Ja, nee, da sind super Schneider. Das ist was ich halt jetzt aufstehen. Und nein, nein, nicht auf meiner, nicht auf meiner Map, sondern auf der Map von... Von mich? Trimax, genau. Ja, erer, 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 eredig. Ja, Nico, erst mal, wieder, doch. Ich muss doch gar nicht bei mir vorbeischauen. Leila, die Trimax-Sniper-Mappe ist schon drunter. Achso, wir sind anderen Leuten. Play-Gertreund egal. Warte, ich will kurz Lukas und Nico zeigen, was ich hier vor kurzem gefunden habe. Okay? Neulich bin ich mit reingekommen. Drück einfach bereit. Ich bin schon mal die Trimax-Mappe. Die Trimax-Mappe ist schon offen. Gute Laune ist für ihn. Ja, okay, Mike trinkt dann auch jetzt und könnt gerne bei ihm vorbeigucken. Heißt Mike Leon-Goyevsky. Bleiben wir lieber bei Luke. Ho, Ehre genommen. Heißt Mike-Goyevsky. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 nein weil du direkt Prozent so weit ich beigetreten bin um hast du direkt gestartet deswegen was das funktioniert nachdem die Zünder und Mike an den ganzen Schliegenweich nehmen sie muss man sich auf den hoff doch kannst du aber und was durch ein Schiffen vorliegen Kiki ach so nicht erkennt man kann so dass sie vielleicht gerade was ich gerade abgespielt hat Mike nicht sagen hat sie doch an den Namen gesehen ja das ist der Fälle darauf nicht mehr so die Gruppe schreit also wenn du es weißt dann schreibst du einfach mal den Titel rein Karpf auch mal ich bin ja von Marshmallow aber von er wird es geht wie heißt das das wollte ich jetzt es geht auf YouTube wenn er jetzt auf YouTube gehen würde, würde ich sein Leben nicht verstehen wer kennt das bitte nicht, dass ich das Geld verliebt wow, der Kind ist ja mal wieder aber mal, du bist gerade von mir weggeflogen ehre, ehre Liga, ehre kann bei mir auch gerade, aber Kopf hoch weiß ich nicht, was heißt Alone Alone ha 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 Alter, ich spondiere vor dir ey, das war einfach nur Lack ah, das war Lack sagt sie und schreib den Titel rein warte mal warte mal kurz bitte so, jetzt kannst du weitergehen na, weil ich auch den anderen beigetreten bin ach, du bist eine andere Zwerg ja ja das ist doch langweilig, finde ich, ihn die ganze Zeit kill und du willst, das ist mein Vater ich bin noch nicht warm du bist auch so nicht heiß haha, Kopf hoch ey, Digga, sei ruhig, ich hab heut, äh erste Runde, ähm, erste Runde, meine ganzen Leer ich hab heute meine erste Runde gespielt hab das Turnier gespielt, meine allererste Runde war das Turnier und ich hab gleich drei Kill-School fürs epischer Sieg das ist so ein Lecker schau, ich hab den Kasten schießen, Alter au, 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 au ne, da wollte ich doch, das war ein Northcorp doch, ich mein, das war ein Headshot ja, ich weiß, aber Niko, schreibt mir in die Kommentare, wie, ähm, ist dein Urlaub ja, wird mich auch ruhig interessieren hast du schon Blotdruck bekommen? was ist? ob Niko schon sein Blotdruck bekommen hat haha, ob er schon seine Lieferung bekommen hat haha, ob er schon angekommen ist, ne? nein, ob er seinen Blotdruck bekommen hat nein, ob er seinen Blotdruck bekommen hat von wem? haha, warum hält Kevin sein Schwanz aus dem Fenster, weil er Wind besser blasen kann als seine Mutter haha, stand da der Antwort, ne? haha, warum sieht Kevin sein Schwanz aus dem Fenster, weil er Wind besser blasen kann als seine Mutter? haha, stand da der Antwort, ne? äh, ist richtig geil, aber Anne ist nicht mitgekommen haha, ist richtig geil, aber Anne ist nicht mitgekommen weil er Wind besser laufen kann als seine Mutter also, ähm, ist jetzt pretty good äh, wie bist du gespawnt? und? ja, Alter oh, ist richtig geil, aber Anne ist leider nicht mitgekommen haha, aber Anne wollte doch leider kein Blasen hat er geschrieben? ja, also, nein, nicht, dass die nicht mitgekommen ist äh, ja, dass die nicht mitgekommen ist, das hat er geschrieben wuch du armer ha, gemüht du hast dich so richtig in den Urlaub gefreut, weil er da einen Blut pequ reinvent die eine kommt einfach nicht mit ja, da kommt einfach nichts mit macht's einfach nicht mir jungs und noch die 14 minuten zahlen und mal gucken wenn er gewinnt ist dann ich bin der beste das war ein headshot das war ein headshot das ist für die Köln weiter er gibt mit dem Headshot man ist und traurig kein Blot drauf Lüthel die Stimmen die Lüthel sind traurig kein Blot drauf Körnur Lüthel Euro Euro Prozent er komme ich bin dort gerade besprochen noch kein Schwein davor gelandet gespawnt ist und ich hab den Spanpunkt noch nie gesehen Prozent Prozent das machen hält Schott ich weiß Rund es gehört größer und so fort doch nicht im Haupt gestorben das bist du Lohen wenn ich auf jeden Ohr schade ich weiß es ist hätte ein Buch 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 die Lärkische Alter Halt's Maul Halt's Maul hier ist Obst im Haus! Och du hier bist doch nicht! Mann! Heulei, was hat heil! Leil! Richtig, Alter! Das soll ich tun, ne? Das sagst du! It's my life! Du bist ein Loob, Loob! Guck mal, ne? Ich bin mit Absicht vom Haus runtergefallen. Du hast ihn auch Haus hochgegrappet. Ich bin halt mit Absicht runtergefallen. Ich gebe ihn noch gut mit der Beut. Ja, Digga, jetzt schloss man los. Oder vorhin 35 Meter ein No-Skop habe ich das Ding gegeben. Mit einer Heavy-Sniper. Aua! Ich spiele auf deiner Welt. Nein! Ja, okay, Mike, äh, nein. Nein, wir spielen die elf Minuten zu Ende, dann spielen wir Durst. Ja. Weil wir haben ein richtig krasses Einball. Haben wir gemerkt. Weißt du, was ich auch gemerkt habe? Dass du so einen fetten No-Skop kassierst. Mike, ich habe einfach gemerkt, dass du diesen No-Skop jetzt kassierst. Wie viel Kills hast du? Äh, 15 und du? Mike, wie viel du? Äh, sag ich dir gleich. Ähm, 8. Alter, war der Klos. Alter, war der Klos. Aber das war schlecht. Du ist schlecht. Huch! Weil die uns angezählt haben. Ist schwierig. Hallo. 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 Huch! Huch! Alter, bliech! ich habe dir nicht gegeben, aber du hast Spawnschutz! Oh man, jetzt hat er mich auch mal aus meiner Ecke da rausgerollt, nach fünf Kühls. So, jetzt setze ich mich da wieder hin und tanze weiter. Ich freue mich wieder auf die Welt. Oh man, ich verpiss dich! So, und weiter dancen. Wie viele Kühlt hast du eigentlich? Ich? Ja du, 22 hab ich. Neun. Aua, das war ein Headshot, alter. Ja, das war's. Ich hab 10 Kühle. Justin hat im Moment schon gerade geschrieben, Mike spiel frühs nicht abends. Ja, aber guck mal, abends sind definitiv mehr online als frühs. Ja, stopp. Wie bitte? Nachdem war ich heute den ganzen Tag mit meiner, ähm, mit jemand draußen. Okay. Nico wollte ich jetzt nicht sagen, ich war den ganzen Tag wieder mit anderen da draußen. Warte mal kurz, Mike, du Knuss. So, jetzt soll das nicht mehr sein. Äh, wer sagte, wer schwebt hier einfach so rum? Warte mal kurz, warte, ganz kurz. Ich hab heute richtig, ich hab heute alle bei Filmen geguckt. Ihh, das ist eklig. Was für Filme? Pornofilme? Wenn ja, ich will das nächste Mal dabei sein. lol lschl Lschl Lchl Lchl Hahahaha Du wirst nicht mehr dabei sein! Alter, ich bin nicht endlich lieber mit ihr zu machen, oder? Und wachst du schon wieder? Was ist? Ich guck schon wieder. Ja, Mike, kommst du jetzt mal zu mir? Danke! Piss dich, Alter! Piss dich! Also, ich will dir jetzt nicht gut kommen, aber du wirst... Ich kann dich jetzt schon nicht beurteilen, dass du nicht zickig wirst. Ja, meint du mich? Mike, wen meinst du? Hä? Ja, nie Plan! Dich,icopst du nicht? Ja, ich hab da nur den, wirst du nicht besser... Ich hab da kein zack�, oder? Ja, ich hab da nicht mehr, also ich hab da nicht verknut. Ich hab da schon wieder auf! Ja, ich habe da noch. nicht Mike Nikoi hat geschrieben wenn der Meckern nach zehn Jahren endlich wieder eine Freundin um Mike Nikoi hat gerade geschrieben wenn die Leone endlich nach zehn Jahren eine Freundin der Heizmaul, Alter Außen hat eine Welt freut ein Fischi also dich? Nein Ja, was habt ihr denn für Filme geguckt? Das nächste Mal will ich dabei sein, hast du mich verstanden? Arz-Spieler oder oder ihr filmt für mich auch etwas nur für mich ich hab halt Arzt, wir haben halt Arzt okay wenn ihr wisst, was damit gemeint ist ah, Nico hat vier Lach-Sminies und nenn reingeguckt, im Ort ne, Nico hab ich mich ein Arzt, ich bin jetzt hast du dich auch gefragt, oh, Alter, das ist meine Ecke verpiss ich da, ich will dich da nie wieder sehen, hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden, habe ich dich gefragt. Nö. Nö. Aua. Das muss weh getan. Das tat mir weh im Arsch. Ich habe den direkt mitgegeben. Ui. Ich habe den mal ausprobiert, ich werde. Ui. 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 Verküßt dich mal, da. Ui. 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 Oh, hallo. Martha Lewis. Ui. 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 Nico, ich sag dir jetzt mal eins, ja, du hast voll die Pizzerfreunde. Ui. Oh, ich habe den perfekten Mord gefunden. Aber Nico, ich habe halt mit mir, es ist einfach Spaß gemacht. Nichts. Ich habe den Fuß geschossen. Prozent aber ich habe ein reißiges Geld und tut ja die Hälfte von drei dreißig die Hälfte die Kürtel vor den Hälften auch noch bei der Zeitung ne also ich glaube dass wir ihn hören musste noch mal üben au ich geh weg da mein ord weißt du was mir aufgefallen ist wir tanzen dort und schon sporn dort keiner mehr alter da wo du nicht bist du arschloch das ist mein ort meint so also aua nein ok das war gleich durch rie arzt jenen ein auch als hat mir grad so ein plan so ein geschenk Bewegungsplan jetzt wirst du aggro Mike wird sauer ey du hast 2 Kronen, das ist schon fair Juhu, gewonnen ja, er wird richtig entsetzt WUHU, OH GOINN Guck, also mit nem Fight kommt einfach diese Anzeige ich bin weil das hat mich jetzt einmal als Beleidigung das hat mich jetzt als Beleidigung ich brauche ihn abnehmen abnehmen und oh doch Mike, das braucht du, das braucht Mike Halt mal du hast du bereit gedrückt? ne nicht du ich hab doch bereit gedrückt doch Mike, das brauchst du oh doch, egal äh, wo ist der Flugkontrollton? das darf ich dir nicht sagen das ist streng geheim ne, sag mal bitte das ist streng geheim, ich weiß es selber nicht mehr, Alter ich geh kurz pissen, okay? ich geh kurz pissen, okay? ich geh kurz pissen, okay? oh, 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 oh ich oh 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 ey ey, guck mich nicht mal vornach Habt ihr das gerade gesehen? Der hat dir voll auf den Arsch geguckt, Alter. Habt ihr das gesehen? Der hat dir voll auf den Arsch geguckt. Nico, hast du das gesehen? Bei Dustin, hast du das auch gesehen? Dieser Perversling, Alter. Ey Schwachmaten, habt ihr das gesehen? Bin wir da. Schade. Äh, okay. Was denn? Alles gut. Ja, ich will mich noch auf den Arsch geguckt. Ähm, du meinst, du nimmst zu. Ey, Maik, in der Lobbywark hat so jemand, ne? Der hat dem Lux voll auf den Arsch geguckt. Der hat dem Lux voll auf den Arsch geguckt. Ja, ich hab aber nicht gesagt, dass ich abgenommen habe. Was muss ich denn? Einer treffe ich gerade viel. Kappa. Aber machen wir so, wenn wir verlieren, gucken wir einen trotzdem zu? Ähm, können wir irgendwann mal hinkriegen, aber heute nicht. Ja, bitte. Oh mein Gott, nein. So ein kleines Opfer. Bewerh. Diese Verlust du immer sofort! Ey, da reg dich ab. Alde. Nein, mach ich nicht. Oder, du machst das jetzt. Ich habe mich beide gefickt, Alter. Na, ich hatte einen Rokit Launcher. Ich hätte es verlassen. Wie gesagt, verlässt du die Gruppe? Na, ich dachte, du willst noch die Runde zu Ende spielen. Lass mich an. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Ich habe dich eingeladen. Guck mal, Mike, warte. Guck mal. Achso, Nico, ne? Das geht ja jetzt an euch alle, ne? Ihr wisst ja, dass ich kein Handy habe, ne? Ja. Das hast du aufgegessen, ja? Ja, genau. Also, äh... Und zwar kriege ich jetzt wahrscheinlich ein S8+. Mein Vater hat ne Note 9. Mein Stiefvater holt sich nämlich den Ding. Holt sich den, äh, hoher Walpc Pro? Oder PC Pro? Pro? Ihr wisst was, ne? Also, Nico, was, das Handy, was du aufschlöte, ne? Dann krieg ich ein S8+. Also, mein Vater hat ne Note 9. Also, mein Vater... Der hat ne Rolex. Du Arschloch. Und ich hab das mit dem Galaxy-Scan schon ausprobiert. Und, Nico, ähm, wenn du die Wii-Bucks dort an... Also, wenn du die Wii-Bucks am Handy bekommst, dann bekommst du die nicht noch an der PlayStation. Den Galaxy-Scan bekommt der auch nicht. Ja, den gibt's ja noch nicht mehr. Sag es doch. Ja. Selbst die Wii-Bucks ist aber nicht. Ja, 15.000 Wii-Bucks, aber keins bin ich, dass wir schon ärgerlich. Überleg mal, was dir von 15.000 Wii-Bucks alles für Skins holen könntest. Ich würde mir erstmal den, ähm, Base-Boys-Scan oder den Foot-Boys-Scan, oder wie der auch immer, der heißt, ähm, holen. Eine weibliche Sachen. Trainer sind, die Trainer sind, ähm, besser. Ja, äh, Mike, 15.000 Wii-Bucks, ne? Könnt man sich halt auch immer noch holen, ne? Oh, Kopf hoch. Warum könntest du den ganzen Shop holen? Würde ich aber nicht machen, weil... Es sind nicht alle so... Äh, also, manche sehen fast genauso aus wie die anderen, also... Und außerdem, man spielt ja keine 10 Skins, so... Immer... Man wechselt ja nicht immer ab, verstehst du? Sag doch einfach, dass du das meinst. Man muss es nicht übertragen. Du Arschloch. Ey, die Küste wollte ich gerade haben, du Arschloch. Egal, ich bin besser als du, ich schaff das. Guck, ich bin ein Nosekin. Sieh ein Gegner, Bidu, Bidu. SOS, Afnala. Na, dann spitz, sag ich den mal, ne? Ich dachte, der ist so low. Ich dachte, der ist so low. Ich dachte, der ist so low. Arschloch. Hihi. Arschloch. Find ich den noch einmal, der kriegt noch einen fetten Headshot. Guck mal, der rinnt weg, der rinnt weg vor dem Dynamit. Was für, man kann nicht drauf spielen mit der AK. Kommt mal, der wird ihn noch nicht mal hier hin, weil er weiß, er wird eh sterben. Und das wird sich eh nicht lohnen. Hoffentlich. Muss die Power on. Hey, der ist auch scheiße. Hey, Leute, was hat die Falle jetzt? Guck mal, guck mal. Leute, die Falle hatte gerade irgendeinen Waki-Kontakt. Ja, Waki-Kontakt. Oh, die da verpisst euch doch einfach. Wollte mich gehen, kriegt er nicht. Scheiße doch, die kriegen mich. Die Cops kommen, Digga. Ja, mal gut, wenn du den Schüttendecken würdest. Hab ich doch. Guck, ich hab mir gleich eine ganze Base gebaut. Du Arschloch. Arschloch. Als ob das Mainz sind, vier, 22 und 100 genau. Dafür hab ich ja den X-Box-Gön. Ja, du kleiner Schwuchtel. Nee, hat Nico. Wann bekommt er den denn? Ja, Nico, wann bekommst du den denn, hä? Bin ich nicht ein guter Nauskön? Sei ruhig, ich bin besser. Hm? Sei ruhig, ich bin besser. Na, du hast aber ein Schild, du bist kein richtiger Nauskön. Das hab ich grad so entdeckt gemacht. Jetzt wollen wir mal hoffen. Das ist so, wenn du in der Slowbrock malen kommst. Nö. Guck dir lieber auf den Arsch. Der Michael bleibt stehen. Oh, da kommt eine viel bessere. Hallo, sind wir nicht drin? Die hab ich mir. Komm mal, meine Affenbücher. Loll! Alter! Der, ey! Ah! Komm, ich blass da rein. Oh, ja. Es fritzt. Alter, bin ich schnell gekommen. Wenn ich auf den Urlaub komme, sagt er. Keine Affenbücher, gibt's schon mal Arschloch. Ey, du musst bei so einer Rodriguez reinschauen, aber von hinten, ne? Du musst bei in den Kopf von Rodriguez reinschauen, aber von hinten. Und dann, man sieht, man sieht, man sieht, man sieht so eine Glatze und auf einmal, man sieht die Augen und die... Äh! Achloch. Herr Guckert, du bist einfach schlechter und das Instant gefehlt. Kappa. Was ist denn da? Kann man auch gut getragen. Ja, das gleich machen, so richtig auf Mut und vielleicht... Vielleicht tun die Ehren nicht an. Soll ich machen? Ja, die versuchen zu feiern haben. Ne, wenn die mich nicht angreifen, die ich zieh die Pumpe. Oh mein Gott, die waren so ehrenlos, Digga, jetzt werden die gekillt... Oh, schade, Alter, die waren so ehrenlos. Ah, das ist auch ein richtig seltener Skin, ne? Ne, der ist nicht mehr selten. Doch, der ist richtig selten. So. Also ich seh den im Moment wenig, ja, aber der kam vor kurzem in den Shop. Lass uns richtig eine Nosekin tun, okay? Mach deine Spitzsacke aus. Mhm. Und dann lass Zildet gehen und mal gucken, wer uns nicht angreift, okay? Oder wird er irgendwann, äh, gesagt? Soll ich die Geschenke gleich Daubert machen? Ähm, ja, mach ich einfach auch. Ähm, ja, mach ich einfach auch. Also 500, 500 We-Bugs, der hängelt leider schon auffällig. Losgehängelgarten? Ja. Werte denn sonst? Den Siegeschirm auf dieser Season, oder was? Mhm. Mhm. Der ist nicht selten. Guck sogar, Nico sagt, der ist nicht selten. Ah, okay, sorry, ne? Aber wollen wir nicht lieber zu Ende? Nein, nein, nein. Dort sind ja... Da sind ja... ...viel mehr zum Angeben los, denn sind doch jung. Ja, aber guck mal, die machen das, was steht. Maik, die machen das, was dort steht. Also, wenn dort springen... steht, dann... Maik, du darfst nicht sprinten, ne? Guck dir hier, das ist einfach kein teuer Norskan. Und guck mal, wenn... wenn nicht jemand sagt... äh, toll, dann muss sie so richtig so arme Klaufen mit einer AR oder mit dein... ...mit deiner Pumpe oder so. Aber du darfst sie nicht treffen, okay? Okay. Okay, Maik. Ich glaub, der... Oh, der Gott, der steht springen. Boah, springen. X. Um Hängegleiter einzusetzen. Wir sollten aber auch erst relativ spät an... ...landen. Relativ spät erst, wenn sie los sind. Stimmt, wir machen ja das... Leute, guck mal, da steht die ganze Zeit X. Das drück ich jetzt mal. Waffe. Atomir, wir brauchen eine Waffe, Maik, wir brauchen eine Waffe. Wir brauchen eine Waffe. Alter, es sind so viele hier gelandet. Oh, ne Pistole, die typische Non-Scan-Waffe. Oh, Alter. Es gibt keine Ehrenmänner in Fortnite. Oh Gott sagen, du hast keine Ehrenmänner. Nein, 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 Maik, du musst mit Spitzack in der Hand laufen. Du weißt ja nicht, wie man die Waffe wechselt. Du weißt ja nicht, wie man die Waffe wechselt. Und wenn dich dann jemand angreift, dann schießt du so richtig wild rum. Okay. Da ist wieder... Der hat mich auch gekillt, dieser Schiedsrichter. Oh, ich hätte ihn ficken können. Oh, ich hätte ihn ficken können. Oh, ich hätte ihn ficken können. Wir müssen mal so richtig rein in die Action landen. Also so richtig in der Nähe von der Action. Mh, man so tun... Also eine Waffe schnappen. Also wir so richtig lange brauchen, bis wir die Waffe eingesammelt haben. Weil wir halt... Wir müssen halt nicht... Wir wollen das erst mal durchlesen, bevor wir uns irgendeinen Virus herunterladen, ne? Aber das mit der Wand verbauen war schon geil, oder? Ja! Das war legendär... Du versuchst dort erst so rüber zu laufen. Und zeigst dann nicht, dass du springen kannst. Und beiß dich um auf! Guck mal, Nosekins gehen so richtig... mit so richtig wenig Kraft dran. So richtig Nosekins gehen so mit richtig wenig Kraft dran. Guck mal, dann machen die so! Mike, okay, die... die machen so! Was, wenn ich da mit den Aufhängen solltute? Außer wem? Ja, dann hat es da halt jemand rumgebracht. Dann... da muss ich so... Wuuuhuuu! Da kann ich nicht... Da kann ich nicht... Da kann ich nicht losgehen. Ja, Mann, Tanzrödel. Er guckt eigentlich noch irgendeinem zu. Niko, Justin ist irgendwie noch, ne? Ey, guck mal bitte auch mal zu mir rüber! Ah nein, weil wir können ja auch ein... Können Sie mich auch hören? Und Kommentare, ich hab mir nicht als Kämpfer auf mein Tempel anzumachen. Hallo! Oh! Ich kann auch gerne wieder auf... Au! Nein, ich will nicht auf BullX landen! Scheiße, ich bin auf BullX gelandet. Das ist mein neues Gebäude. Da bin ich letzte Runde auch gegangen. Oh Gott, ich will nur die Pump. Oh! 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 Bei mir ist jemand... Fuck! Oh mein Gott, ne Gold ist da. Ich hab ne AK und ne Pump. Ich glaub, der hat noch nicht gecheckt, dass ich scheiße bin. Ich muss ihn killen. Der hätte mich sowas von gekehlt, das ist ein Marshmallow-Sophia. No hate jetzt an ein Marshmallow. Bei mir wäre eine Gründe Pamm, wenn du eine brauchst. Ich hab doch eine. Digga, guck mal. Das sieht so richtig aus wie so ne No-Skin-Lobby, ne? Guck mal, wie viele Gegner einfach noch leben. Ach, ich könnte jetzt halt so hart schwitzen. Hä, wieso hab ich denn wieder HP bekommen, hä? Es gibt halt so richtig wenig Ehrenmänner, ne? Komm mal zu dir. Ja, mach das so. Ich hab's gelassen, was gemacht? Ist das ein Virus? Nein. Nein, ich will nicht trinken. Alter, wie ehrenlos, Alter. Okay, Nicole ist noch da, sie hat wahrscheinlich verlassen. Oh. Alter, es gibt so wenig Ehrenmänner, ne? Lass mal mehr so machen, dass wir versuchen, mit Leuten zu tanzen. Ja, okay. Aber wir nehmen trotzdem No-Skin. Mhm. Ja, okay, ich beende den No-Skin einfach, weil ich hab, äh, den, den Stream einfach, weil ich hab keinen Bock mehr gerade. Und ich hab halt nen übel Scheiß-Ping. Das war's mit meinem Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ein No-OSkin. Ich bin ein N-N-Noskin.